Liebe Energie Graz, was tut ihr für meine Zukunft? Wir verbessern unseren Lebensraum. Saubere, leistbare Energie. Garantierte Entsorgungssicherheit. Für uns und unsere nachkommenden Generationen. Dieser Vision folgend errichten wir ein Zukunftsprojekt für mehr Unabhängigkeit, Sicherheit und Klimaschutz. Das Energiewerk Graz. Wir werden lokale, nicht recycelbare Reststoffe, welche auch jetzt schon am Standort Sturzgasse gesammelt werden, über ein Förderband aus der benachbarten Abfallwirtschaft der Holding Graz übernehmen. Durch eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung gewinnen wir vor Ort Energie, statt diese Reststoffe wie bisher zu weit entfernten Verwertungsanlagen transportieren zu müssen. Zusätzlich sorgt ein innovatives Wärmepumpensystem für höchste Energieeffizienz. Mit einer Größe von 12.000 Kubikmetern errichten wir auch einen der größten urbanen Fernwärmespeicher Österreichs. Dadurch können wir ganzjährig sicher, preisstabil und umweltfreundlich Fernwärme für 23.000 Wohnungen und Strom für 15.000 Wohnungen erzeugen und reduzieren damit den bislang erforderlichen Einsatz von Gaskraftwerken. Nachgelagert zur Stromproduktion wird die Erzeugung von Wasserstoff ermöglicht. Das Energiewerk Graz wird so die Entsorgungssicherheit für 450.000 SteirerInnen garantieren. Jährlich 15.000 Tonnen CO2 und mehr als 9.000 Lkw-Fahrten einsparen. Schon 2029 werden wir in Betrieb gehen. Sicher, unabhängig leben. Energiewerk Graz. Für uns und uns.